Hey Junge, wie geht's? Mir geht's auch gut. Was machst du hier? Ich spiele hier Fußball. Willst du auch spielen? Ja, okay. Ich komme gleich mit dir spielen, aber nicht sehr länger, weil ich auch andere Termine habe. Hey, hier darfst du nicht fahren. Ich darf Fahrrad fahren, weil ich bin der Chef, ja man. Was willst du? Hey, hast du den Chef gesehen? Ja, ich habe den Chef gesehen. Er ist blöd, man. Er fährt mit dem Fahrrad.